Die Schwarzenberger 50, 36 durch all den im Umbau befindlichen Bahnhof Heidenau mit dem Chemnitzer Personenzug auf dem Weg nach Tschechien. Anlässlich des Dresdner Darmflogfestes fährt die Chemnitzer 50, 36, 48 von Dresden über Pirna, Neustadt, Neukirch, Spauzen und Bischofswerda zurück nach Dresden. Dresden, 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 Dresden Dresden, Dresden Dresden Mittlerweile fahren hier auch die Tessieros. Dresden, 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 Dresden Rundfunk Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.